Ich denke, wir brauchen Hilfe. Ja, du bist richtig. Das Projekt, das wir jetzt gerade realisieren sind, ist der Umbau der alten Jumpline. Sobald klar war, dass wir etwas bauen für 10% und dass wir grosse Sachen bauen, haben alle die gleiche Richtung gesprochen. Alle haben von Anfang an gesagt, jetzt bauen wir einen Shark, jetzt bauen wir einen Double, jetzt bauen wir einen Stepdown, jetzt bauen wir eine grosse Shit. Für diejenigen, die wirklich Spass aufzuspringen wollen. Wenn man einen Greg und einen Chris dabei hat, dann wissen die Leute sofort, dass es funktioniert. Ja, der Greg war sehr wichtig für uns. Es war sehr vervorteilend, dass er solche Sachen schon gebaut hat in Kanada und seine Erfahrungen reingebracht hat. Darum ist seine Erfahrungen Gold wert. Oh, yeah! Oh, das ist awesome! Es sieht perfekt. Es ist perfekt. Es geht, dann wird das Take-Off und dann geht es auf der Moon. Ja. Ja, ich bin einfach stolz zu sein, hier zu bauen. Und das ist das, was ich liebe zu machen. Und diese Leute sind froh, dass ich mich frei machen kann, und ich glaube, dass ich meine Judgenheit zu machen. Ich denke, es kamen gut zusammen. Ich bin froh, zu versuchen. Ich bin froh, zu versuchen. Oh, das ist so geil. Oh, das ist so geil. Oh, mein Gott, ist das sehr gut. Oh.. Okay. Wow, you go fast into the shark fin, don't you? Wow, that could be so much bigger, that jump. It's unique and it's such a cool experience. I mean, it takes a certain eye to see a line and make a vision and judge the speed. And the similar way when an artist can put down paint on a piece of paper or whatever, it's like not everyone can do that. And yeah, I would say it's art in that sense. It takes a lot of skill and training and use of the machines and use of tools and it's a combination of both.